Nach dem 0 zu 0 im Champions-League-Spiel am gestrigen Abend gegen AC Mailand gibt es jetzt sehr gute Nachrichten für alle, die es mit dem BVB halten. Denn wie die BILD berichtet, konnte man den Vertrag von Torhüter Gregor Kobel verlängern. Demnach wird der Vertrag bis 2028 verlängert, was auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen ist. Zumal sein vorheriger Vertrag ja ohnehin erst 2026 ausgelaufen wäre, sag ich jetzt mal. Klar ist jetzt nicht mehr allzu weit entfernt, aber es war jetzt nicht so, dass die Vertragsverlängerung unbedingt nötig war, dass er jetzt nicht irgendwie ablösefrei geht. Vielmehr ist es einfach ein wichtiges Zeichen in Richtung aller Top-Klubs, die eben Interesse an ihm hatten und von der Kobel-Seite auf jeden Fall ein extrem wichtiges Bekenntnis zum Verein. Aber gut, der 25-jährige Schweizer wird dafür auch kräftig entlohnt, denn wie die BILD ebenfalls berichtet, so soll er jetzt rund 10 Millionen Euro verdienen und hat somit sein bisheriges Gehalt fast verdreifacht, was ja 3,5 Millionen Euro in etwa betragen haben soll. Somit gehört er nun zu den absoluten Top-Verdienern beim BVB, vor allem neben Niklas Süle, der wohl ca. 11 Millionen Euro verdienen soll. Klar, für ihn persönlich ist das schon eine saftige Gehaltserhöhung und allein deswegen kann man natürlich nachvollziehen, dass er den Vertrag jetzt verlängert. Aber andererseits hieß es ja auch, dass Chelsea Interesse hatte, die ihm wohl sogar das Doppelte an Gehalt hätten bieten wollen mit 20 Millionen Euro. Dennoch wurde das Ganze abgelehnt, er bleibt jetzt beim BVB und bekennt sich klar zum Verein, bei dem er ja auch durchaus Publikumsliebling ist. Durch seine Leistungen, aber auch generell ist er jetzt schon länger im Verein und trotz seines noch jungen Alters von 25 Jahren ist er schon auch mittlerweile ein wichtiger Führungsspieler im Kader von Dortmund. War ja auch ein Kandidat auf das Kapitänsamt, dennoch, auch wenn er es nicht geworden ist, er ist auf jeden Fall wichtig in der Mannschaft, eine Identifikationsfigur für die Fans und deshalb ist die Verlängerung auf jeden Fall folgerichtig bzw. extrem wichtig, dass man es letztendlich aufs Papier bekommen hat. Kobel bleibt beim BVB, womit man für die kommenden Jahre auf der Torhüterposition auf jeden Fall sehr gut aufgestellt ist. Sei es jetzt, dass er ewig bleibt da, dann hat man einen guten Torhüter und vor allem hat man jetzt eine Position, auf der wirklich Klarheit herrscht, wo man qualitativ überragend besetzt ist. Im Vergleich zu den vielen anderen Baustellen im Kader, sei es jetzt die Außenverteidiger, die Breite in der Innenverteidigung oder Sechser oder Flügel. Aber im Tor ist man gut aufgestellt und falls er doch irgendwann nochmal verkauft werden sollte, dann hat er wirklich eine lange Vertragsdauer und aufgrund seiner Leistungen und seines guten Marktwerts, der mittlerweile 35 Millionen Euro beträgt, würde man dann auch saftig abkassieren können. Nichtsdestotrotz jetzt wirklich eine wichtige Verlängerung, gutes Zeichen, auch gute Arbeit von Sportdirektor Sebastian Kehl, der eben zuständig dafür ist. Daher Glückwunsch an den BVB zu dieser wichtigen Verlängerung. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!